Moin, Moin. Na, wie ist die Lage? Okay, wir waren soweit. Bei dir? Ja, auch. Also folgendes Problem. Wir haben heute... ...normaler Tag? Nee, heute ist Goal auf. Moin! Und das ist ein betrinkerisches Höchstereignis. Simon war einkaufen. Es knallt, aber es ist geil! Ja, Mann. Und jetzt nicht so gut. Stay hydrated. Weiß dich schon mal, ey! Aber wir haben alles gewillt, was wir brauchen. Biesteskrankheit. Ich grüße meine Mama und alle, die mich kennen. Man trinkt zu dritt auf der Strecke von Niefenheim über Goa nach Knechtstehen. Einen Kasten zu dritt. Was grüßt du dann? Nicht. Die Ehre. Den Sieg. Doch, ich kann noch was verlosen. Ihr macht das nur für Gaudi. Ja, einfach nur so. Am Ende, wenn man die Aufgabe geschafft hat, ist es eh egal. Und die Sehblatt, ne? Solltest man... Solltest man einfach nur noch irgendwie seine Ruhe haben, glaube ich. Außer er. Er ist dabei. Er ist sehr motiviert. Ja! Jetzt haben wir verschiedene Teams. Eins, go! Los, los, los! Los, los, los! I left my home! I left my home! To join the goal all out! To join the goal all out! I left my home! I left my home! To join the goal all out! To join the goal all out! The day I left, the day I left, my mama cried, my mama cried. She thought that I, she called that I, would surely die, would surely die. Aber bei uns fehlt noch eine Person. Ah, tut mir leid, ich bin jetzt leider raus. Ich bin ziemlich fertig, gleich noch mit einer vollen Fabrik auf dem Geburtstag. Okay?